ORF 3 Kultur und Information Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mein künstlerischer Auftrag ist ... Das ist ganz falsch. So nicht. Es gibt Leute, die irgendein Blatt auf eine Zeitung aufschreiben und sagen, Gebet, Gebet. Nein, Gebet, muss das sein. Das hab ich so gern. Ich verschrecke die Leute gern. Das ist ein Traum. Ich weiß nicht, was in mir ist, aber ich muss das ausleben. Ich werde das machen, wenn ich 80 bin. So alt werde ich leider nicht. Aber sollte ich so alt werden, ich werde immer irgendwo wem fallweise die Gurke aushängen lassen. Das gefällt mir. Das ist ein großer Genuss, den ich hab. Ich möchte Leute immer wieder ein bisschen sequieren. Oder wenn mir vorbeigeht, ein Blatter in Arsch zwicken, der schreit. Das macht Spaß. Ich versuche in meinen Arbeiten Ironie und Humor zu mischen. Sarkasmus hineinzuwürzen, Zynismus dazu. Umrühren, garen lassen und dann werfe ich's den Leuten vor. Und die Leute haben Freude damit. Der Mann hat Talent unglaublich. Aber wie viele Leute auch ein Multitalent. Interessant ist ja, dass ihr alle seine Aquarelle nach lebenden Modellen malt. Und ich will die Leute unterhalten, die möchten haben, dass da Hitze ist. Dass es Spaß gibt. Fun, 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 sagen die Beach Boys. Und ich bin ein, ein Beach Boy. Das ist das Land der Berge. Da kann man so viel sehen. Doch wenn man einmal abgerürzt, kann's einem schießen gehen. Es ist das Land der Hämmer. Es ist das Land des Schmeck. Drum gehen wir alle zu. Halt auf den Roll, Juche! Im Jahr 1999 haben die Beach Boys in Wien ein Konzert gegeben vor 150.000 Menschen. Donauengue, ein Riesenfest. Und einer der Beach Boys, die kennen mich. Seit 1984 bin ich mit denen quasi irgendwo in Kontakt. Und wir stehen so Backstage und haben zuschauen dürfen. Die Marietta und ich haben einen privilegierten Platz gehabt. Neben der Bühne bei den Verstärkern. Plötzlich bei der dritten Nummer bei Do It Again, einem meiner Lieblingslieder, kommt der Keyboarder zu mir gerannt. Auch der 50-jährige, alter Zausl, ein Beach Boy der ersten Stunde. Schnappt mir bei der Hand und schleppt mich auf die Bühne, dass ich mit ihm gemeinsam mit den Beach Boys auf der Bühne stehe und mitsinge. Da habe ich ein Achtel in die Hose verloren, muss ich sagen, leider. Und ich habe mit dem Beach Boys auf der Bühne drei Lieder singen dürfen. Also es war einer meiner besten Tage. Und jeder sagt, was, wie, wer, Beach Boys? Für mich großartig. Braucht niemanden Beifall, sondern ich bin dabei und bleib dabei. Ich bin monogam veranlagt. Ich stehe auf Katzen, ich stehe auf meine Alte. Habe ich alles seit vielen, vielen Jahren. Und wenn ich auf etwas stehe, dann bleib ich dabei. Das ist so. Er macht das großartig, das Singen. Und beim Zeichnen wird es schon noch werden. Das ist ein toller Bursch, überhaupt keine Frage. Er ist ein textlich unheimlich Wort. Er hat einen Gedichtmann, einen Textmann gemacht. Der Mann hat so ein Gefühl fürs Wort auch. Also nicht nur im Zeichnen, sondern auch beim Wort. Keine Liebeserklärung. Ich bin total, lächerlich und abnormal. Hals und Schultern schwer daneben. Sie sollten sich die Kugel geben. Ich stue es ihnen traurig kund. Das allerletzte ist ihr Mund. Trotz Schluss und Geld und Dienerschaft, mir vergeht die Manneskraft. Baroness, ich sag's nicht gern. Sie werden nie bei Augen stehen. Ich habe im Alter von 14 Jahren in der niederösterreichischen Kleinstadt St. Pölten ein Schlüsselerlebnis gehabt. Da habe ich eine gleichaltrige, ein junges Mädchen gesehen, rabenschwarzes Haar, dunkelbraune Haut, einen Mini bis daher und heil hin. Für mich ein Schönheitsideal. Ich habe gewusst, ich brauche wirklich. Es ist so. Ich habe den Hof gemacht und ich habe keine besondere Wirkung hinterlassen bei ihr. Die habe ich nicht gefallen. Und ich habe meine Mittel eingesetzt. Und meine Mittel waren die der Zeichnung, der Kunst. Ich habe ihr Zeichnungen hingelegt vor die Haustüre. Da hat meine Mutter gefunden und hat gesagt, um den musst du kümmern. Der ist interessant. Der kann was. Ich war wieder fesch in meiner Jugend. Ich war kein schöner junger Mann. Ich war hier... Egal was. Du warst schon sehr fesch. Das ist eine falsche Sache. Du warst schon sehr fesch. Die liegt. Oh Gott. Oh ja. Ich war nicht fesch. Ich war nicht fesch. Nie gewesen, leider. Der Schirrf warst auch nicht. Ich meine, ich habe keinen Pugel gehabt und ich habe keinen. Er hat sich genau über die Leute lustig gemacht, die mir auf die Nerven gegangen sind, die mir das Leben schwer gemacht haben. Über die hat er sich lustig gemacht. Red weiter. Das war eine Wohltat natürlich, nicht? Das ist das Schöne. Das stimmt. Das ist das Schöne zu singen. Die Olle redet gut über mich. Ich habe sie erobert. Ganz auf die Geschwinde. Und ich habe meinen ganzen Charme ausgeboten, der nicht so schlecht ist. Und dann hat es geclashed zwischen uns beiden. Ich habe sie geheiratet 1984 in Las Vegas, Nevada. Sie ist ja Teil von mir, weil ich bin ohne sie die Hälfte und ich bin ihre Hälfte. Und das ist wirklich keine Floskel. Das stimmt aber. Wir denken gleich. Wir schauen uns an und wissen genau, was der andere denkt. Auch eine Floskel. Aber es bei uns stimmt wirklich. Ansonsten hätte es doch irgendwann Brüche gegeben. Wir wären lange nicht mehr benannt, bitte. Wir sind 37 Jahre benannt. Das ist eine ewig lange Zeit. Ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der nicht Trennungen gehabt hätte. Es gibt diese Jahrhundert-Liebschaften und das ist offenbar eine. Sollte dir morgen was passieren, am selben Tag bringe ich mich um. Das weiß ich wirklich nicht. Er wollte ihn immer wieder verlassen in der Zwischenzeit. Das ist nie gelungen. Und das weiß ich nicht. Er hat mich wieder zurückgehalten. Zurückerobert? Ja. Ja. Wenn ihre Augenlieder sich öffnen, bin ich schon da und sage, Baby, ich bin hier. was du weißt. Du sagst, kalt warm, Kaffee, Kuchen. Was willst du? Oder mich. Als Fleischspeise, als Fleischspeise. Was hättest du gern? Sie kann es sich aussuchen. In der Regel bestellt sie alles. Verstehst du? Und ich bin gern ihr Nahversorger. Sie ist im Schlafzimmer. Sie geht mit dem Body vorbei. Ich war sehr nervös. Immer noch. Ich schnapp sie mich und bin. Ich bin so, weil ich das nach wie vor aufregend finde. Darf ich mich? Jetzt tüßt's auf. Jetzt tüßt's auf. Dann geht's gut, wenn ich das mache. Jetzt tüßt's auf. Die Frau hat alle meine Erwartungen erfüllt. Von der Optik her. Die gefällt mir halt so gut. Peter? Na? Hast du irgendwas zum Essen vorbereitet? Das wird ihnen schmicken. Es wird ihnen schmicken. Es wird ihnen schmicken. Es wird ihnen schmücken. Oh, oh, oh. Dax, öffnet euch die Augen. Die Gugeln. Ich sag's euch. Mein Gott, ist das ein herrlicher Beruf. Ich war als Dreijähriger und das weiß ich von meiner Mama, die eine authentische, wirklich glaubwürdige Zeugin ist, jedes Stück Papier, das irgendwo herumgelegen ist, gekritzelt, bezeichnet. Immer irgendwelche komischen Menschen draufgezeichnet. Das hat sich gesteigert. Dann im Volksschulalter habe ich natürlich nichts Liebe gemacht, als die Lehrer zu zeichnen, zu karikieren, die Mitschüler zu karikieren. Und Schulkollegen von mir sind da gesessen, kommt zu mir heute Nachmittag, ich bin mir Kleinban, da war ich bei mir dort bei diesen Buben, bei diesen rotbackigen Losern, und da war ich Kleinban. Und da hat es ein paar Schienen gegeben, so ein Oval von Schienen und brrrr, da ist der Zug herumgefahren und kracht. Ich habe mir gedacht, was soll das, das kann doch nicht das Leben sein, das ist ein bisschen langweilig. War nicht meine Welt. Ich habe mich zu Hause hingesetzt, als sieben-, achtjähriger, habe nackte Frauen gezeichnet, mit riesen Tuckern, muss ich sagen, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Ich habe den nächsten Tag verkauft und bin damals reich geworden, als Kind, durch den Verkauf ungeheuerischer Bilder. Meine Eltern stammen aus einem kleinbögerlichen Milieu, aber sie haben alles erlaubt. Die haben auch gefunden, meine Wix-Vorlagen. Ich halte keinen auf. Die haben mich gefragt, als Christkind kommt, was wünscht ihr denn von Christkind? Und ich habe damals gewusst, Kunst ist todlangweilig, aber es gibt Aktmalerei. Damals hat es den Donauland Buchversand gegeben. Ich habe im Katalog gesehen, Meisterwerke der Aktmalerei. Da habe ich gesehen, ein Cover mit dem Oggd-Werber. Das hätte ich gern, weil das ist Suppen, der hat mit Kunst zu tun. Die Eltern haben gesagt, ja brav, siehst du, der Buch hat ein kulturelles Interesse, das kaufen wir. Und das habe ich Weihnachten gekriegt. 1963 in St. Pölten, als mir der Zeichenprofessor gesagt hat, Manfred, du musst nach Wien gehen, auf die Grafikerschule. Da wirst du reich und prominent. Und ich dachte, ich kenne nicht, weiß ich nicht, eine fremde Welt. Grafik, das Wort Grafik zum ersten Mal gehört mit 13 Jahren. Grafik, die Nachsilbe habe ich verstanden. Ficker, ich wusste, was ich sage. Grafik zusammen, habe ich nicht gewusst. Egal, ich habe das meinen Eltern erzählt. Da gibt es eine Schule in Wien. Grafikerschule. Na ja, du sollst ein Gastwirt werden und ein Fleischer, haben die gesagt. Nein, ich will ein Grafiker werden. Erotisches Berufsbild. Gut, dann ist mir das erlaubt worden. Ich bin nach Wien gekommen, 15.30 Uhr oder 16. Habe dort inskribiert mit Helmein und Bernhard Paul und Josef Brahma gemeinsam, das sind all die Haberer von mir. Ab damals habe ich die Kunst geatmet. Und dann allmählich, wenn meine Eltern gemerkt haben, dass ich in den Medien vorkomme, dass es Fernsehinterviews gibt von mir oder dass Zeitungen mich dauernd drucken, sind sie ein bisschen stolzer geworden auf mich. Und sie haben gemerkt, aha, das ist ja doch nicht dem Teufel anheim gefallen, sondern der ist eh brav und macht seinen Part. Ja, ja, ja. Das ist ein komischer Vorgang. Ich lerne da jemanden kennen, die gebäre ich jetzt. Die lerne kennen und entschuldige mich dann, weil ich so unflätig in dem Gesicht herumfahre. Ich belästige die Frau da, die hat es vorher nicht gegeben, so ein weißes Stück Papier. Jetzt kommt jemand auf die Welt. Und ich habe die Frechheit und bohre da in der Nase herum, Düftle herum, korrigiere die Zähne. Aber ich habe meistens schlechtes Gewissen, wenn sie mir sie erklären, damit man das auch versteht. Wie viel Gutes habe ich damit umgehe. Das ist komisch. Sein Gott irgendwie auch wird. Es gibt Leute, die sagen, man hat so ein richtiges Deigsgesicht, wenn sie einen Menschen beschreiben. Das ist schon eine große Ehre, das ist ein Orden, wenn man einmal so ist, dass man für eine bestimmte Richtung verantwortlich ist. Ich halte meine Bilder für hübsch und schön, charmant. Ich mache charmante Kunst, charmante Bilder. Die Schönheit, wenn es um die Menschen geht, die habe ich nie gesucht. Ich habe nie schöne Menschen malen wollen, die sind zu langweilig und da fällt mir nichts ein dazu. Mit bunten Gesichtern, Körper, denen man irgendwas ansieht. Wenn einer viel Arbeit traut, dann verformt sich der Körper allmählich im Laufe der Jahre. Und diese Körper haben Kontur, die kann man nachbilden, da ist was. Ein Dressman mit dem Waschbrettbauch ist langweilig. Der trainiert im Bodybuilder-Studium, das ist sowas von fad. Jeder Satiriker, der meint, mit seinen Zeichnungen irgendwas bewirken zu können, ob das ein satirischer Schreiber oder Zeichner, maler ist, was auch immer, ist am Holzweg. Niemand von den ganzen Spaßmachern oder kritischen Geistern hat je irgendwas bewirkt. Hauptsache ich kann es ausleben. Das sind meine Ventile, die ich verwende. Somit ist das eigentlich der ideale Beruf für mich. Ich brauche niemanden in die Goschenhahn, ich brauche nicht auf der Straße einen attackieren und Tritt hinterher gehen. Ich zeichne, ich komme nachher nach Hause und zeichne. Das ist schön. Die Ideen kommen eben dadurch, dass ich irgendeine Meldung kriege und dann klingelt es irgendwo und ich merke, aha, da ist was. Da bin ich wie ein Hund, der Polizeihund, der Rundi riecht und merkt, da in der Gegend gibt es ein Thema, das schaut gut aus. Und dann sitze ich, brüte ich eine halbe Nacht darüber, wie ich die bessere Lösung finde. Und mein Pech ist, dass mir zu den Themen immer viel zu viel einfällt. Ein Thema und auf einmal habe ich sechs, sieben Ideen dazu und das muss ich dann komprimieren auf eine gute, auf eine schlüssige Endfassung. Und das in den Griff zu kriegen, ist oft stundenlange Arbeit. Ich bestimme meine Themen selber seit Jahren. Ich habe keine Möglichkeit, vorher zu sagen, was es werden, wie ein Komponist. Ich vergleiche mich jetzt mit dem John Lennon zum Beispiel. Der Zianzgler, wie es jetzt, hat dann die Glampfe, hat auch nicht gewusst, jetzt schreibe ich Ballad of John and Yoko. Das hat er sich nicht überlegt. Irgendwas passiert, auf einmal ist es da. Das kann man nicht steuern. Das ist nicht steuerbar. Kunst ist ein sehr frei fliegender Vogel, den man nicht fangen kann. Das geht nicht. Das passiert dir. Das ist Intuition und ein Prozess, den man nicht in der Hand hat. So passiert es halt mir auch. Unglaublich, wie talentiert der Mensch ist. In der Schule war es so, dass wir oft ein Gespräch geführt haben über irgendeinen Menschen, den wir am Vordergrund in irgendeinem Caféhaus gesehen haben. Und ich habe gesagt, der war denn das? Das ist ein Moment einmal. Der. Ich kann mich erinnern, ich war mit ihm weg irgendwann, von Tschechien, bei irgendeiner Party, dann habe ich jemanden getroffen. Und ein paar Tage später sage ich, du kannst dich erinnern dort, wo wir da durchgegangen sind, da war einer. Und das war der und der. Und er sagt, nein, ich kenne ihn nicht, nie gehört davon. Hast du nicht gesehen den? Und er hat gesagt, nein. Okay. Er erkennt ihn nicht. Und hat ihn auch nicht gesehen offensichtlich. Und während er sitzt mit einem Bleistift und dann fängt der Bleistift an, das Papier zu bewegen. Und er selber schaut und staunt und ich schaue hin. Und das ist die Person. Also besser hätte man den nicht zeichnen können. Und er sagt, das ist er doch. Ah ja, sagt er, ist er das? Das heißt, es war unglaublich. Was mir wirklich passiert, ohne dass ich es will, es kommt wer, ich lerne mich kennen. Oder ich sehe, wie jemand das erste Mal um den, halb der ersten drei Sekunden, fallen mir alle seine optischen Schwächen auf. Das habe ich nie trainiert. Es ist so. Da ist einer und ich merke genau, der haut her, irgendwas, was nicht stimmt. Ich könnte den auf der Stelle karrieren. Die Leute sind nicht einmal böse. Die finden es in Ordnung, wenn es vom Teich so gezeigt wird, wo sie sind. Und diese, die sie den Österreichern in die Seele schauen, das kann er. Wenn ich mich so umblicke, sehe ich einen Saal gefüllt mit Teichskoschuren. Jeder andere Maler braucht Modelle, für die er zahlen muss. Ich habe die Modelle alle gratis gekriegt. Der hat eine Qualität, wo man dann später redet, über Willen Busch wird man in einem Atemzug Teichsang. Bill Wilder hat meine Kunst sehr großartig gefunden. Bill Wilder. Er ist schon sehr österreichisch. Und er ist ein Stück Österreich und ein Stück österreichische Kulturgeschichte. Nichts ist mir angenehmer, als zu hören, dass das gut angekommen ist, dass die Leute sehr gelacht haben oder entsetzt waren. Das Feedback ist mir so bedeutend. Bei uns immer wieder deshalb Stemming-Ovation für Manfred Teichs und seiner Frau. Herzlich willkommen in der Kunstfalle. Ich habe einen Entgrößenmann, beziehungsweise freut mich. Ich bin stiller, genieße und freue mich über das Lob, das ich kriege. Ich lese dann mit Genugtuung Zeitungsberichte in Deutschland eine große Ausstellung in Frankfurt gehabt. Und der Spiegel hat fünf Seiten berichtet über mich. Frankfurter Allgemeine hat eine Lob, eine Hymne, eine ganze Seite über mich geschrieben. Die wichtigsten, die Zeit in Deutschland, die feiern mich. So oft irgendwo, was mache ich im Ausland, werde ich gefeiert wie ein ganz großer. Das ist so wohltuend. Das bestätigt mich, dass meine einsamen, stillen Zeichnernächte was gebracht haben. Ich bin in der Tat ein langer Fan von Teichs. Ich habe die Zeichen von ihm eher schätzen gelernt als den Menschen. Schätzliche Augen, meine Damen und Herren. Es gibt ja auch so, dass es gerade in meinen Kreisen diese berühmten Dutz und prominenten Freundschaften gibt, die nur deswegen entstehen, weil der eine den anderen als wichtig erachtet. Das war in dem Fall nicht so. Von Teichs gemalt zu werden, ist ja eine der höheren Weinen, die man als Entertainer, wie ich, überhaupt haben kann. Weil andere nimmt Teichs ja überhaupt nicht zur Kenntnis. Aber hier sehen Sie mal, dass ich doch schon langsam so eine Rache von österreichischer Melancholie in meinem Gesicht habe. Das geht in Richtung früher Kreisky oder später Andre Heller. Ihr könnt uns erkennen. Das ist einfach die Tiefe, die ich dem Teichs erstmal zu verdanken habe. Ich hoffe, dass ich irgendwann in der Lage bin, mein Gesicht dieser Vorlage anzugreifen. Teichs ist wirklich, und das ist der Jammer, dass er eigentlich immer in Österreich geblieben ist, der wäre international ein Star. Er hätte vor 25 Jahren Österreich verlassen können, weggehen können und mein Glück war das Versuchen. Ich habe das nie angestrebt, muss ich dazu sagen. Ich war immer relativ bequem und habe hier in dieser irrsinnig schönen Landschaft, in diesem beschaulichen Land, in dem überschaubaren Land, meine Bequemlichkeit genießen können. Immer gut bezahlt gekriegt. Es hat mir nichts gefehlt und ich habe, glaube ich, sehr viele Viecher rund um mich gehabt, meine Katzen. Ich kann nicht plötzlich sagen, so jetzt übersiedle ich nach Deutschland mit 90 Katzen im Gepäck. Das ist schwierig. Ich muss mir ein Bild fertig machen, Schatz, ich muss ja Geld verdienen, damit ich dich füttern kann, dass ich einen Tierarzt zahlen kann. Scheiße, komm her. Hallo. Also mir geht's echt gut. Ich kann vom Glück reden. Aber noch glücklicher wäre ich, wenn ich mich austoben könnte und alles vollzeichnen könnte, was rundherum an Fläche da ist. Ich möchte alles vollpenseln, vollmalen, vollzeichnen und herauslassen, was ich an Witzigem in mir habe. Ich hätte es gern, dass ich davon leben könnte, klasse, sechs Meter lange Bilder zu malen, in denen es sich abspielt. Lustige Männer, denen die Nudel aushängt. So etwas würde ich gern malen. Das wären meine Lieblingsbilder. Aber die Kundschaft fehlt. Das schreit nach Bemalung, nach Verdeixung. Diese Wand braucht was. Ohne mich ist das eine tote, kaputte Wand. Ich muss hier zuschlagen, ich merke das. Also das Haus braucht mich. Ja. Richtig gut Vibrations erzeugen. Und das soll ein Haus des Lachens werden. Wenn sie hier waren, sollen sie sich nachher besser fühlen als vorher. Das ist mein Auftrag. Deswegen hat mich der Schöpfe in die Welt gebracht. Der Teix ruft mich an und sagt, du musst mal ein Museum bauen. Ich habe geglaubt, eines seiner wilden Scherze, habe gesagt, ja, ja, klar, wann und wohin soll ich dir das bauen. Er hat mich nicht ganz ernst genommen, ich ihm nicht ganz ernst genommen. Nachher bin ich draufgekommen, dass er es ernst meint. Ich danke Ihnen, dass Sie vom ersten Augenblick an Ja gesagt haben. Ja, und jetzt steht es da. Natürlich ist es eine Freude für einen Architekten, der auch Karikaturist ist, für einen großen Kollegen, ein Museum zu bauen. Das Teixhaus, das hier ist. Pussi, Pussi. Ja, das ist gut so. Wie schön der Weg. Der Teix ist nicht auszuhalten. Das war schwierig, diese Arbeit mit ihm. Im Tag hat er mich dreimal geküsst. Ja, das ist perfekt. Ich kann nur sagen, ich bin bewegt. Mich bewegt das wirklich. Das ist wunderschön. Das Wichtigste daher, das Teixhaus, ist das gesamte Obergeschoss, ist die Welt des Manfred Deix. Danke. Çok gut. Dann, aus gut. Dann, aus guter. Dann, aus guter. Dann, aus guter. Dann, aus guter. Dann, ausgreen. Die Volkskünstlerin wollte immer sein, wie der Hans Moser, wollte von allen kapiert werden. Wirklich. Bravisch, Schätzchen. Da kann man ganz gut leben. Es gibt zwar sehr viel Koffer, nur kann man die dahin. Und wenn die Koffer dann sind, dann ist das Land okay. Dann gehen wir alle zu. Das war Deix, der uns zu der bedeutenden philosophischen Erkenntnis geholfen hat, dass die Schöpfung lächerlich und Gott der größte Humorist ist. Einer meiner Götter, ich habe sehr wenige Götter, ich glaube, ich bin sehr unglaublich, aber einige glaube ich wirklich. Einer davon ist der Robert Crumb. Manfred Deix gehört sicher, neben Robert Crumb ist er sicher der bedeutendste lebende satirische Zeichen. Er hat mir Komplimente gemacht, die ich in der Form bisher nur von Billy Weil gehabt habe bekommen. Mit wem möchtest du dich? Von der Schönheit. Nur mit dir. Mit Robert oder mit mir? Nein, nur mit dir. Ich möge mich. Warum? Du bist schön fäscher. Ich bin fäscher. Ich bin fäscher. Du hörst? Nein. Du hörst nicht wahr. Nimmst du wirklich? Dann war sie oder seid ihr so ein Liebe, Baby? Komm her. Brauchen wir pämpfern? Komm her. Ich reiß dich nieder. Du bist so ein Liebe. Du bist so ein Liebe. Ich habe in meinem Leben eine große Rolle gespielt, ich kann nix dafür. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Der Herrgott hat es so gewollt. Der hat mich so geformt, und ich bin sein Kind. Du bist ein gefährlicher Mensch, ich bin gefürchtet, nicht nur beliebt, aber gefürchtet ist was anderes, aber gefährlich. Da steh ich wieder in einem bösen Licht da und dann glaubt jeder, ich bin nur geil und hab nichts anderes als nackere Weiber im Schädel. Und das muss verhindert werden. Es hat 90% immer mit Sex zu tun, wenn man mit ihm redet, mit lustigem Sex. Es ist immer schweinisch und sehr lustig. Man kann mit ihm über alles reden. Es ist nur so, früher, wo er noch ordentlich ins Glas geguckt hat und getrunken hat, Mengen, wo ich nach sehr kurzer Zeit einfach gestorben wäre, das hätte ich nie geschafft. Ich bin aufgrund meiner kleinen beruflichen Erfolge, die mir im Laufe der Jahre zugenommen haben, irgendwann einmal bekannt geworden wegen meiner Zeichnungen. Das hat einen Aufwind gebracht und ich hab mir gedacht, hopperle, jetzt geht's wirklich bergauf und ich bin auf dem Erfolgsweg. Das hat mich sehr froh gemacht und meine Froheit, mein Übermut hat mich zum Alkohol gebracht. Ich hab nicht gesoffen aus Trauer oder aus Unglück, sondern aus Übermut, weil es mir gut gegangen ist plötzlich. Leute haben mich angeredet, ich hab Aufträge gekriegt vom Spiegel, vom Stern, Plebe hat sich gemeldet, diese Geschichte. Und es hat mir so gut gefallen, dieser plötzliche Erfolg, der Kleine, dass ich gesoffen hab wie ein Loch. Ich hab wie ein Tag Rotwein trunken, um das noch zu verstärken. Es war ein tolles Gefühl, plötzlich wer zu sein. Und dann beginnt dieser Prozess, dass man das wirklich täglich braucht. Und dann hat es natürlich Krisen gegeben. Der Retter hat das sehr kritisch im Auge verfolgt und hab mich versucht davon wegzukriegen. Und ich hab mich beeinträchtigt gefühlt und hab weitergesoffen. Und dann ist die Zeit gekommen, in der ich plötzlich beim Wachwerden diese Hände gekriegt habe. Und dann auch die Beine zu wackeln begonnen. Und ich wusste, Vorsicht, letzte Stufe, ansonsten wird's bedrohlich. Und es ist dann wirklich lebensbedrohend geworden. Und der Arzt, der mich behandelt hat, hat mich wirklich damals prognostiziert, dass ich in zwei Jahren gestorben wäre. Und diese Sache hab ich gestoppt vor sechseinhalb Jahren. Intensivprogramm, Entgiftungsprogramme. Hat auch damit zu tun gehabt, dass ich die Situation intellektuell begriffen hab. Ihr habt gemerkt, wenn ich da jetzt nicht aufhöre, ich muss das stoppen. Das Suchtverhalten, das ich damals gehabt hab, ist erledigt auf ewige Zeit. Und es wird mir nie mehr wieder passieren. Weil ich will nie mehr wieder so ein Arschloch sein, dass ich damals war. Ich war sehr ungerecht. Ich hab meine Frau schlecht behandelt. Ich bin fremd gegangen. Hab mich benommen wie eine Sau. Wirklich. Ich bin herumgekollert. Ich weiß nicht, ich hab drei Tage durchgemacht mit wildfremden Bastarden. Das Wort habe ich noch nie verwendet. Aber wirklich mit den letzten Typen von Wien. Mit Zuhältern, mit Strizes, mit Arschlöchern. Ich hab meine Zeit vergeudet. Und das hat zwei Jahre oder so, zweieinhalb Jahre radikale Zeit gemacht. Und hab mir wirklich volles Rohr gegeben. Und nur Blödheiten. In der Zeit hab ich auch gemerkt, ich kann nicht mehr mehr zeichnen. Ich hab mich in der Früh hingesetzt und hab einen Karton malen wollen. Ich hab gemerkt, ich kann den Pinsel nicht richtig halten. Das war beschissen. Beschissene Situation. Ich hab versucht zu retten. Ich hab die Chefredakteure angelogen, die ihn gesucht haben. Er ist da und gesucht worden. Und er hätte liefern müssen. Und er hat nicht geliefert. Zeichnungen liefern müssen. Ich hab's nicht liefert, weil ich irgendwo versumpft bin. Ich hab halt gesagt, er ist krank oder im Ausland. Oder ich weiß nicht wo. Das Ausland war aber der 15. Bezirk. Gürtel. Das war eine peinliche Geschichte. Und sehr traurig. Die Hölle gewesen. Es war ein widerlicher, stinkender, aus allen Bohren briefender Widerling. Ein Kotzbrocken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war eine sehr schwierige Zeit. Und ich hab ehrlich gesagt die Hoffnung schon aufgegeben, dass sich der wieder fangt. Ich bin ein Beachboy, ich möchte überleben. Und ich möchte lustige Bilder machen. Ich bin eher auf der Sonnenseite des Lebens geboren. Und warum hab ich mir selber in die Schattenseite gehievt? Ich wollte nicht hin. Ich hab das bekämpft. Und das war ein Sieg, der zweieinhalb Monate gedauert hat. Und jetzt hab ich das gepackt. Und seither geht's mir gut. Dank der Unterstützung meiner Lieben, die um mich sind. Das ist meine Königin, so nebenbei. Und sie behütet mich, auf dem rechten Weg zu bleiben. Das ist meine Beschützerin. Die Frauen sind faszinierend, sind der Traum meiner Bubenjahre gewesen. Also ich hab immer... Ich war damals noch Frauen fixiert, die haben mich so interessiert. Seit meinem Sinten-Lebensjahr habe ich das erste Mal Doktor gespielt. Und da war ich meiner Zeit weit voraus. Ich hab ja gesunde Untersuchungen gemacht in Wahrheit. Mit gleichaltrigen Mädchen. Das Interesse an der Weiblichkeit ist mir geblieben. Siehst du mit mir, ja. Sayいい noch. DEIK zählt zur Gilde Männer. Die den Frauen Freude bereiten wollen und das täglich. Sie sind für mich wichtiger als Leonardo da Vinci. Ich hab nur ein Problem mit dem zu hören. Wie war das? Sie sind für mich wichtiger als Leonardo da Vinci. Habe ich das richtig gehört? Ja, ich sag's noch einmal. Und so oft, so oft. Nein, 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 das ist einfach wahr. Sie haben es schon gehört. Frauen und Mitikatzen. Tatsache. Das ist ein blöder Vergleich und das ist nicht frauenfeindlich. Es ist so, dass ich ab meinem sechsten Leben so mit Katzen zu tun hatte. Katzen sind das Genialste, was dieser Monkedom zum Wege gebracht hat. Vom Design her, vom Charakter her. Katzen sind das Tollste, die du hast. Und die tollsten Leben, die ich kenne. Sehr viel ist heilig. Ich bin ein hochmoralischer Mensch in Wahrheit. Ich hab Gott oder die Religionen durch Religionsprofessoren kennengelernt in der Schule. Religion war für mich immer was sehr unangenehmes, weil das immer Peichten hat geheißen. Zweimal im Jahr, Ostern, Weihnachten, hat's geheißen, ab in die Kirche. Mit den Enten, im Entenmarsch, da haben wir in die Kirche getrieben worden. Jeder hat gesagt, jeder von den Buben, die rotbackigen Burschen, meine Schulkollegen, wir haben alle nur eine Sünde begangen. Gewichst haben wir. Alles andere war heimlos. Aber wie gesagt, wir sind da immer genötigt worden, unsere kleinen Buben, unsere Bubensünden loszuwerden. Eine Frechheit in Wahrheit. Also darum habe ich mit der Kirche ein sehr gespaltenes Verhältnis georgern. Ich nehme mir die Kirche vor, weil sie so viel Stoff bietet. Deswegen bin ich froh, dass es die Kirche in der Form gibt. Eine moderne, progressive Kirche wäre für mich der absolute Absturz. Nein, die sind so bleiben, wie sie sind. Ich bin ein hochmoralischer Mensch in Wahrheit. Die Beach Boys sind mir heilig, die Mariette ist mir heilig, meine Verwandtschaft ist mir heilig. Das ist der Lüdingsrhythmus von mein Schwanger seit ca. 25 Jahren. Goes like this. Ich will die Aufmerksamkeit machen, dass der Gitarrist mein Bruder ist. Das haben wir gelernt haben alle. Musik, haben wir alles bei uns, hat alles abgespielt. Die Talente haben sie in unserer Familie so aufgeteilt. Ich bin der Zeichnende geworden. Mein jüngerer Bruder, Christian D'Aix, ist Musiker. Mein älterer Bruder ist in der Schweiz ein Prokuror für eine Firma mit 60 Leuten, die eine Spezialbranche, eine Spezialnische abdecken für die Raumfahrt machen. Gegen irgendwelche Metalllegierungen. Ich habe keine Ahnung, wie man das genau bezeichnet, aber es ist ein sehr tüchtiger, wirklich, ich sage das mit fast Stolz, sehr tüchtiger Manager in der Schweiz. Wir rauchen nicht. Das ist schlecht für die Jugendlichen. Genau. Einmal bei einem Lungeninfarkt, den hatte ich 1988. Und da habe ich ein halbes Jahr wirklich keine Zigarette geraucht, weil ich nicht durfte. Und der Arzt hat gesagt, wenn sie eine rauchen, sterben, so fallen sie tot um. Das hat mich beeindruckt. Und dann natürlich habe ich mich selbst Betrug gemacht und habe pro Form immer Zigaretten an. Das habe ich immer gemacht, alle Monate hindurch. Immer kalte Zigaretten, so, und das Ritual beibehalten. Und nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, dass ich ewig so, da kann man ein bisschen einen Schwindel betreiben, kann man mal so machen. Und schnell wieder herausblasen, ja, ich habe mich selbst betrogen und dann habe ich wieder angefangen und bin dann, habe die Rate erhöht und meine Quote liegt jetzt bei sechs Schachteln am Tag und eine Zigarette schmeckt vorzwilliger als die vorige. Ich fürchte mich vor dem Sterben wie kein anderer. Also wann nicht, ich habe irgendwann mal einen Aphorismus geboren. Ich habe gesagt, das Sterben ist wirklich das Allerletzte. Das stimmt in jeder Form. Das Sterben ist erst einmal das Letzte, was einem passiert. Noch dazu ist es das Allerletzte, das Beschissenste. Und ich glaube niemandem, der sagt, ich habe keine Angst vor dem Druck, das können Sie sich einführen. Das stimmt wirklich nicht. Jeder Mensch hat davor die allergrößte Angst. Wie gesagt, ich glaube niemandem irgendwas. Und ich fürchte mich davor so unendlich und jeden Tag, denke ich dran, dass es heute passieren kann. Ich möchte ja nicht verlieren, ich möchte ja so lange wissen. Und er ist mein Beichtvater, er ist mein Vertrauter, er ist mein Bruder, er ist vieles. Ich muss mal ehrlich sagen, ich habe einen schönen Beruf. Ein Beruf, der mir erlaubt, während der Arbeit meine Musik hören zu können, das ist sehr sinnvoll. Wer kann das schon? Da habe ich eine Zwischenfrage. Warum habt ihr alle so scheiß Berufe? Warum hat sie nicht den Beruf gewählt, den ich habe? Naja, ich verstehe, das ist eine Talentfrage, nicht wahr? Aber mein Gott. Üben, Übung macht den Meister. Und wann stehe ich auf? Zwei Nachmittag. Zwei Nachmittag stehe ich auf. Frühstücke bis drei. Blätter alle Zeitungen durch. Sie macht Zeitungen pro Tag. Lese, was anfällt, mache mir Notizen dazu. Und dann am Abend fangt er zu arbeiten an und arbeite die ganze Nacht durch und ich leg mich halt nieder. Zwischendurch natürlich die große Schmusephase mit meiner Frau. Ich bringe den Kaffee mit, die Zeitungen, dann kuscheln wir uns ein bisschen zusammen und plaudern. Gewisse Dinge, naja, was hast du kurz? Hallo, zwei Stunden sind kurz. Zwischendurch werden die Katzen versorgt mit Amore. Und so läuft das ja wieder ab. Wir sind ein hochinteressiertes, aufgeklärtes Ehepaar. Diskutieren nächtelang. Nächtelang, was wir schon diskutiert haben. Über Sir Karl Popper, was haben wir schon nicht gestritten. Zwölfton Musik, was haben wir da nicht gekämpft miteinander? Sie ist eine Zwölftönerinrichtung. Busch, Ruhe, Puff. Die Fetzen sind geflogen, nicht wahr? Ein Mann, ja oder nein? Lüftwort. Da kommt kurz her, bitte. Ich muss einen Test machen, komm her. Ich muss die Tests missbrauchen, komm her. Wir verbringen Tag und Nacht seit 35 Jahren. Jeden Tag und jede Nacht gemeinsam. Wir leben unter einem Tag. Wenn ich ein Bild mache, dann weg bis um drei in der Früh auf. Um neun oder zehn Liefen. Greife kurz am Busen, zeige das kurz und sage, Reaktion, gut, schlecht. Ich muss immer mit den Idioten. Nein, nein, nicht den Idioten. Nein, nein, bitte, was heißt den Idioten? Du bist die Fachfrau. Ja, er kennt mir den da. Ich merke es an der Reaktion. Wenn sie nicht reagiert, dann haue ich das weg, augenblicklich. Oder sie lacht schallend auf, dann weiß ich, volltreffe. Das ist so. Große Dank. Oder nicht? Nein, 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 gut, nein, nein, dann muss ich ihn verbessern. Er sitzt die ganze Nacht über einen Plattl und in der Früh erkennt sie nicht mehr genau aus und behauptet dann, der Politiker wäre nicht zu erkennen. Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Ich meine doch ich. Ich meine doch, ich weiß nicht, wen Sie meinen, wo Sie den nicht kennen. Und dann braucht er jemanden, der also gerade aufsteht und das Blatt neu sieht und sagt, nein, der schaut eh so aus und das stimmt. Das ist meine Kontrollinstanz und ohne sie wäre ich längst brotlos und wäre schon unter der Brücke gelandet. Aber sie hat mich immer gerettet, indem sie mir gesagt hat, wer wer ist und wer nicht. Also sie hat mir geholfen, Qualität zu halten. Meine Kunden müssen bis auf den letzten Drücker warten. Die haben keine Ahnung, weil ich selber nicht weiß, was ich mache in der Nacht. Die rufen immer an, wann kriegen wir es um 10, 15 Minuten. Ja, gar nichts. Drei Nachmittag, fünf Nachmittag. Ich brauche nur eine Stunde. Jetzt ist es halb zwei. Nein, in einer halben Stunde bin ich fertig. Jetzt ist es fünf nach halb zwei. Zwei müsste ich fertig sein. Er liefert gerne ein bisschen zu spät. Also ich kann mich erinnern, wie ich auch direkt beim Profil war in Österreich. Und ich war manchmal in dieser blöden Situation. Ich war sozusagen, man sei vorgesetzt da, weil ich musste rechtzeitig den Cover abliefern, den er gezeichnet hat natürlich. Und er war nicht fertig. Und ich war in der Wahl Freundschaft oder weißes Titelblatt. Und ich bin dann in der Nacht zu ihm und habe ihn bekniet und gesagt, Manfred, wir müssen. Ah, der Herr Chef. Ah, ja. Ich muss noch. Ja, Herr Chef. Das gab natürlich lustige Situationen. Und irgendwie haben wir es immer geschafft, dass der Kammer rechtzeitig fertig war. Das ist meine Krankheit, ja. Also ich brauche den Druck, um arbeiten zu können. Man musste eigentlich ein Buch drüber schauen. Weil das wäre so lustig. Teig sind nötig, wenn er spät abliefert. Das ist eine Legende. Ah, schwerer Beruf. Ich habe den ganzen Tag verschießen. Zwei wird ich schon seit wann. Wann haben wir angefangen? Sechs in der Früh? Nein Stunden. Wahnsinn. Allmählich habe ich die Nase voll und jetzt will ich nicht mehr mehr. Das ganze Gesicht ist, ich meine, wenn man einen halben Millimeter nicht stimmt. Aber was ist das? Scheiße, jetzt ehrlich. Was ist, wenn die Leute sagen, aha, wer ist das? Nix ist. Blätterns weiter, das ist auch bis gelaufen. Da und rede, dass das ein schöner Beruf ist. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist ein Arschocken. Jetzt wäre es mir im letzten Moment auf das Bild drauf gestiegen und hätte mich das Bild vernichten können. Das ist mir schon einige Male passiert. Da bin ich fast gestorben. Das war, da war ich dem Herztod nahe. Ich entlasse Sie in die Freiheit. Amüsieren Sie sich bitte bei meinen Bildern. Bleiben Sie mir gewogelt. Pussy, pussy, I love you. Ich werde weiterhin meine Bilder machen, meine Miezi-Katzen streicheln, meine Lieblingsmusik hören und mit der Maretta, ein verliebter Bursche sein. Mehr habe ich nicht vor. Haben wir alles mit? Zigaretten, Feuerzeuge, Schminkzeug, Garderobe, großen Unterwäsch, Vibratoren, Dildos, Liebeskugel, wir sind versorgt. Ich werde noch einen guten Tag befinden, mit einem plaudernden Bett und ich werde Sie zu Tode küssen. Tschüss, bis gut. Wiedersehen. Papa, Papa. Es ist das an der Himmel, es ist das an der Schmink, drum gehen wir alle zu. Oh, 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 oh. Let's rock and roll, you know. ORF 3, Kultur am Ball.